What a view. Wow. Leute, ich bin überwältigt, for real. Die Erfahrung in den Cannabis-Store war richtig nice. Man geht da tatsächlich einfach rein, sucht sich was aus, bezahlt es und gut ist. Und die Preise, die Preise, ihr werdet es nicht glauben, ich habe wirklich wartet. Ich habe für 3,5 Gramm 17,47 Dollar bezahlt, canadische Dollar. Und dann noch für die andere Sorte 16,46 Dollar, auch 3,5 Gramm, also wirklich sehr, sehr entspannter Preis.